Also wenn man innen guckst, siehst du schon aus der Ego-Perspektive, dass du im Schneegebiet bist. Auf geht's. Es könnten alle Viecher vielleicht sogar mitkommen. Also ich sitze jedenfalls mal nicht mal auf meinem Ding drauf. Also der Krieger ist nicht mit, aber alle Rechse sind dabei. Mein Drache ist nicht mit. Der Krieger ist auch nicht dabei. Sammelt, also ich kann mich grad nicht legen. Geht jedermann irgendeine Ecke, bevor wir über diese Brücke laufen. Habt ihr irgendwelche Tiere angebunden? Hier kann er sein? Nein, wir stehen nur zu eng beieinander. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Schnur noch. Ach, da ist noch so ein... Das stimmt jetzt nicht nur. Warum? Alles klar, keine Ahnung, warum hab ich nicht gesagt. Also meine Kletterkatzen sind beide nicht mitgekommen, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, das war letztes Mal auch so. Bescheuert. Eins, zwei... Ne, ja, 20 Kreaturen maximal, ne? Ähm. Also noch kommt nix. Heißt du mich? Ist noch jemand da? Ja. Ja, ich hab irgendwie komisch leck hier gehabt. Ja, eben, deswegen frag ich. So, Uschi kommt, glaube ich, oder? Ja. Da ist auch sie. Wie dein Leben hat er denn? Äh, gehen, ja. 300 K, ja, ist richtig, Alter. Das ist lieber erst mit den anderen, die gehen nicht so nah dran. Die machen sich nicht so nah dran. Ähm, ich hole deine Pfeiffer und die weg. Was? Deine Tiere müssen aufhalten, kannst du angreifen. Kommen die ganzen Affen her, hier. Da läuft nicht doch der Affe. Komm, stirb jetzt endlich. Das kann mir so schwer sein. Einfach mal zu sterben. Mieze, komm, Gerd. Noch geht's mir erstaunlich guter. Ist das wieder so ein Affe? Boah, ist das Regis, wie wir es anfassen hier? Wir sollten uns für sowas vielleicht ein bisschen sinnvoller organisieren. Ja, das stimmt. Ich verstehe gar nichts. Mit der Laune. Ja, das war's jetzt. Dafür bin ich aufgestanden. Echt mal, was müssen wir jetzt hier einsammeln? Achso, die... Ja. Deswegen machst du hier so'n Aufstand? Ach, Alter. Und wann arbeiten wir uns mal warm? Ja, wir können direkt weitermachen, wenn wir gleich zurück... Nee, lass mal. Erst mal gucken hier oben. Ich hoffe, wenn wir jetzt gleich zurückgehen, ist da oben noch irgendwas hier so? Ja, eigentlich werden wir... Da ist die Hauptarena. Das war eigentlich nur der Weg zu dahin. Aber weil wir gewartet haben, ist der... Ja, ja, der kommt dann runter. Aber gibt's hier oben noch irgendwas zu sammeln? Ich glaube nicht. Mal gucken gehen. Was soll man, die Tiere haben nix eingesammelt? Was sollen sie auch einsammeln? Eine Weihnachtsmütze habe ich? Doch, es gibt so Trophäen. Ich hab' ne Corona-Flagge. Ja, genau, die habe ich auch. Eine Mütze? Jo. Ja. Das habe ich auch. Ui. So, und wir sind wieder zurück. Und wir sind wieder zurück.